Herzlich Willkommen zu Unter den Linden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich begrüße Jakob Augstein, Herausgeber der Wochenzeitung Freitag, Autor einer regelmäßigen Kolumne beim Spiegel und streitbarer Part des Duos Augstein und Blume bei Phoenix. Herzlich Willkommen. Ja, zwei Gäste, die in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Pole unserer Gesellschaft repräsentieren und ich bin gespannt, ob wir trotzdem an der einen oder anderen Stelle einen gemeinsamen Nenner finden. Herr Sarrazin, wie würden Sie denn den Zustand unserer Gesellschaft im Moment beschreiben? Ja, sie ist im Kern gesund, aber es gibt Elemente, die, wenn das so weitergeht, doch vieles auf die Dauer gefährden. Eine der Gesellschaft mit 80 Millionen und einer der starken Wirtschaft ist wie ein großer Tanker. Wer da jetzt im Augenblick mal Kapitän ist und was falsch macht, das ist nicht so wichtig. Wenn man aber in bestimmten Fragen dauerhaft irgendwo in die falsche Richtung fährt, dann kann es mit der Zeit gefährlich werden und das ist bei uns der Fall. Herr Augstein, sind wir inmitten einer lebendigen Debatte über Flüchtlinge und Islam oder läuft da was grundsätzlich schief? Wir haben eine lebendige Debatte, die ganz schön schief läuft, würde ich sagen, weil wir bestimmte Standards der Debatte über Bord geworfen haben. Anstand zählt inzwischen gar nicht mehr so viel, Vernunft zählt auch praktisch nichts mehr, Faktentreue spielt auch keine Rolle, sondern es plappert jeder alles wild vor sich hin. Es ist ein bisschen so, als hätte man das Internet von der Leine gelassen. Der öffentliche Diskurs ist inzwischen so wie so eine Debatte bei Twitter und Facebook. So ohne Risiko kann jeder jeden Unsinn verbreiten. Der Diskurs, da sind Sie mittendrin mit Ihrem neuen Buch. Wir schauen uns da mal eine kurze Passage an, Wunschdenken. Wie gesagt, da habe ich folgende Passage rausgesucht. Nicht ganz kurz, aber war mir jetzt wichtig, dass wir das im Zusammenhang hören. Ich darf das mal vorlesen. Der Wunsch, eine Willkommenskultur zu zelebrieren und sich selbst mit einem Heiligenschein zu versehen, führte zur größten Krise Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg. Für den vergänglichen Glanz nahm die Bundeskanzlerin eine ungesteuerte, kulturfremde Einwanderung in Kauf, die langfristig den Wohlstand Deutschlands gefährden und einen Kulturbruch verursachen kann, der die Identität der Nation zerstören kann. Ja, größte Krise Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg, Kulturbruch. Warum so dramatische Worte? Geht es nicht eine Nummer kleiner? Nein. Und zwar muss man immer fragen, ob eine Sache einmalig ist oder ob sie bleibt. Und die gegenwärtige, nach der Flüchtlingspolitik ist so angelegt, dass sie bleibt. Sonst hätte sie von Anfang an keinen Sinn gemacht. Wenn man jetzt die Grenzen zumachen will, hätte man sie auch schon vor einem Jahr zumachen wollen. Das heißt, diejenigen, die das betrieben haben, nehmen dauerhafte Einwanderung in hohen Zahlen aus anderen, nach den fremden Kulturen, in Kauf und davor leugnen, vor sich und vor anderen, was das für Folgen hat. Das würde nur dann funktionieren, wenn der Mensch praktisch eine blanke Schiefertafel wäre und beliebig formbar wäre. Das ist er aber nicht. Die Menschen, die dazu uns kommen, kommen aus einem ganz anderen Umfeld, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. Und wie sich es auch an unseren bisherigen Einwanderungserfahrungen zeigt, haben wir ja also große Gruppen aus, nach der Afrika, der Norden, Mittelostwege, sich auch mindestens zu teilen, nach der 40 bis 60 Jahren in ganz Europa da sehr schlecht integrieren. Und darauf setzen wir noch eines drauf und machen mehr vom Selben. Und das wird auf die Dauer gefährlich, zumal, weil wir da sehr geburtenarm sind und diese Gruppen durchschnittlich eher heiraten, mehr Kinder haben, letztlich uns auch deshalb, wenn das so weitergeht, in wenigen Jahrzehnten zu einer Minderheit im eigenen Lande machen werden. Auch wenn das viele nicht gerne hören, wie zum Beispiel Herr Aukstein. Ich höre Ihnen wahnsinnig gerne zu, weil es ist ein bisschen so wie früher, wenn man sich so im Winter eingemummelt hat in so eine Decke und dann kommt einer und erzählt einem so schauerliche Geschichten, erzählt einem einer so Gruselgeschichten. Wenn man Ihnen zuhört, dann muss man sagen, am besten werden die ersten Früh- und Vormenschen nie aus Afrika ausgewandert, denn da kommen wir ja alle her, weil Anpassung an neue Lebensräume, neue Kulturen, völlig ausgeschlossen, jeder bleibt am besten da, wo man ist. Also ich glaube, das, was Sie da reden, ist, das ist das, was ich vorhin meinte, entschuldigen Sie, Herr Sarrazin, bei allem Respekt, das ist einfach echt Unsinn, weil die europäische Geschichte besteht aus Wanderungen. Die Amerika ist ein Einwanderungsland, Kanada ist ein Einwanderungsland, Australien ist ein Einwanderungsland. Übrigens auch die Bundesrepublik Deutschland ist schon seit ganz langer Zeit ein Einwanderungsland. Wir haben damit ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, teilweise gute, teilweise schlechte. Wir können aus der Vergangenheit was lernen, damit wir jetzt bestimmte Fehler nicht wiederholen. Und da bin ich unbedingt dafür, ganz wichtig, Fehler nicht zu wiederholen übrigens. Aber das, was Sie sagen, setzt sozusagen das Messer so weit unten an, dass wir vorne, da bleibt ja gar nichts mehr da übrig. Sie töten sozusagen jede Unterhaltung über sinnvolle Migration und Möglichkeiten von Integration. Weil Sie sagen, geht sowieso nicht, alles fremd und die bleiben immer fremd. Das ist leider falsch. Also das sage ich nicht, das sage ich nicht, auch nicht in meinem Buch. Sondern ich mache eben Unterschiede. Zunächst einmal, Einwanderung, fangen wir mal an mit den USA. Es gab mal in Nordamerika Indianer, davon gibt es jetzt noch ziemlich viele, weil die zumindest haben durch die, haben durch die, nach der Einwanderung gelitten, wurden durch andere verdrängt. Das ist ein schönes rechtsextremes Motiv, wir sind die Indianer, die überfremdet werden. Bitte mich nicht unterbrechen. Außerdem können wir zeigen, in Europa, es gab immer Einwanderung, aber diese Einwanderung war im Verhältnis zu den nach der aufnehmenden Staaten und der Völkern minimal. In Brandenburg wanderten Anfang des, nach der 18. Jahrhunderts, damals hatte Brandenburg, Preußen, anderthalb Millionen Einwohner, 20.000 Hugenotten ein. Ihre Familie? Meine Vorfahren völlig recht, die allerdings, um ein, die allerdings nach der deutlich der gebildeter und der qualifizierter waren, als die etwas, als die etwas tumpen Brandenburger, denen also echt noch etwas beibringen konnten. Während heute haben wir in ganz großem Umfang Einwanderung, die letztlich der Kultur fremd ist und letztlich auch uns der wirtschaftlich nicht hilft. Wirtschaftlich hilft nämlich nur Einwanderung, wo die, die einwandern, der qualifizierter sind, als die in das Land eingewandert wird. Ich teile Ihren Kulturbegriff nicht. Sie sagen, alles ist nicht Kultur, was nicht irgendwie Currywurst und Gartenzwerg ist, ist irgendwie fremd und wollen wir ihn haben. Das ist meine Polemik, Entschuldigung. Ich teile Ihren Kulturbegriff nicht. Nein, ich gehe nicht auf Ihr Niveau. Kultur ist, wenn zum Beispiel eine Gruppe der Meinung ist, dass Bildung nicht wichtig ist, wenn eine Gruppe ihre Frauen im zweiten Rang hält, unterdrückt, wenn eine Gruppe wissensabgewandt ist und wenn eine Gruppe auch nach 50 Jahren in den Schulen deutlich das Schlechte abschneidet als die aufnehmende Bevölkerung, dafür aber im Übermaß des Zahlhilfe bezieht, das ist kulturfremd. Und das meine ich, damit meine ich ja nicht den Einzelnen, damit meine ich den Durchschnitt. Und dazu stehe ich auch. Jetzt haben Sie gelegen. Ja, nein. Ich glaube nur einfach, die Voraussetzungen, von denen Sie ausgehen, sind einfach falsch. Natürlich, ich sage nochmal, Deutschland hat, der Rat für Migration, und da sitzen, entschuldigen Sie, im Unterschied zu Ihnen wirklich Experten drin, hat Studien angestellt, die zeigen, dass Deutschland, was die Integration der Migranten der ersten Wellen angeht, gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, viel besser, als Sie immer den Leuten verkaufen wollen. Es gibt Gegenden in Europa, da funktioniert das mit der Integration sehr, sehr schlecht. Ja, die Bonlieues von Paris, die wollen wir hier nicht haben. Wir wollen ganz offensichtlich auch nicht die Stadtteile haben von Brüssel, wo der Salafist praktisch sich wohlfühlt. Das haben wir hier bisher aber auch nicht. Warum? Weil wir mit der Integration, obwohl wahnsinnig viele Fehler gemacht worden sind, gar nicht so schlecht gefahren sind. Sonst hätten wir hier nämlich gar nicht Politiker wie Cem Özdemir. Wir hätten nicht Leute wie Tarek Wasir, interessanterweise bei den Grünen gibt es sie. Die sind teilweise deutscher als die Deutschen selbst. Für meinen Geschmack ist zum Beispiel jemand wie Özdemir inzwischen schon viel zu schwäbisch. Da wäre ich froh, wenn der noch ein bisschen mehr sozusagen das Migrantische am Leben hielt. Aber das sind jetzt dann reine Geschmacksfragen. Es ist kontrafaktisch, was Sie da sagen. Lassen Sie uns um die Leute kümmern. Lassen Sie uns vor allen Dingen um die nächste Generation kümmern. Denn es sind die Kinder der Migranten, die sozusagen dann die Zukunft bringen. Aber Sie geben diese Leute auf. Und das ist das, was ich so verurteile an Ihren Thesen. Das geht ja doch an meinem Buch, dass ich gar nichts aufgebe, dass ich einfach von den Tatsachen aus, wie sie sind. Es gibt eine Tatsache, es gibt einen, nach der Chem Özdemir, aber sie sind leider mehr die Ausnahmen als die Regeln. Und ich muss ja den gesamthaften Durchschnitt betrachten. Und für den gesamthaften Durchschnitt gilt, dass die Einwanderung aus der Nahen Mittelost und Afrika, wie sie über die letzten 50 Jahre stattfand, uns wirtschaftlich geschadet hat. Und in unserem Land auch eine Menge Probleme mit sich gebracht hat. Das kann man ja ganz einfach zeigen. Ich möchte gerade nicht die Zustände haben wie in Paris. Da bin ich ja bei Ihnen dabei und ich bin da froh, dass das bei uns besser ist. Und ich meine auch, dass man für die, die bei uns sind, alles tun muss, was vernünftigerweise möglich ist. Wir müssen aber schauen, dass die Zahlen sich nicht nach der Stelle nicht weiter ungewollt erhöhen. Und wir müssen auch sehen, dass Integration, auch wenn man das nicht gerne hört, zunächst eine der Leistungen ist derer, die sich integrieren. Noch keine Gruppe wurde deshalb nicht integriert, weil sie irgendwie von der Gesellschaft abgelehnt wurde. Umgekehrt wird in Schulhaus. Es liegt immer an der Gruppe selber. Die, sagt er zum Beispiel, Vietnamesen haben sich bei uns bestens integriert, sind in den Schulen besser als die Deutschen. Mit den Polen haben wir in der zweiten Generation überhaupt keine Probleme. Mit den Italienern relativ wenige. Es ist sehr unterschiedlich, je nach ethnischer und kultureller Herkunft. Jetzt kurze Entgegnung von dem und dann gehen wir da mal einen Schritt weiter. Nein, ich will nur sagen, dass wir im letzten Jahr kamen etwa eine Million Leute. Und was mich wirklich gewundert hat an diesen ganzen Debatten ist, da stehen 80 Leute zusammen und unterhalten sich. Da kommt einer dazu. Wer hat da das Sagen? Wer muss sich wem anpassen? Wer bedroht wen? Ein Unsinn. Die öffentliche Debatte war so, als würden wir überrannt, praktisch unkontrollierte Einwanderung, geflutet und so. Schon die Metaphern zeigen, dass da die Vernunft vorkommt. Sie sind doch ein grundvernünftiger Mensch. Warum reden Sie eigentlich so unvernünftiges von? Aus Ihrem Mund ist schon mal ein echtes Lob da auch schon, dass er die Sendung gelohnt. Aber jetzt noch mal zur Sache selber. Jetzt wollte er, weil er ist ja der Moderator. Darf ich noch ein bisschen mal in die Zahlen rein, auch wenn ich weiß, dass man mich für meine Zahlen hasst. Dann sage ich Ihnen, die 80 Millionen in Deutschland bestehen zu 30 Prozent aus der Menschen in meinem Alter. Mit Verlaub, ich bin noch ziemlich rüstig, aber ich bin kein junger Mann von 20. Diejenigen, die kamen, bestanden zu der 70 bis 80 Prozent aus der jungen Männern, um die 20 bis 25. Und in dieser Altersgruppe haben diejenigen, die jetzt eingewandert sind, bereits einen Anteil von etwa einem Fünftel. Hier gibt es also eine Umschichtung von unten, die auch mengenmäßig äußerst bedeutend ist. Und das mit Menschen, die in einem Alter kommen, wo sie einerseits, wenn sie 20 sind, noch etwa 60 Jahre leben werden, was wir für sie auch hoffen. Zum anderen aber meist kein Deutsch können, meist keine vernünftige Schulbildung haben und zu alt sind, um in unser Arbeitsleben großenteils wirklich integriert zu werden. Das heißt, wir schaffen hier eine breite neue Unterschicht, wo die Verhältnisse, das ist nicht mein Wunsch, das ist meine bittere Prognose, in 15, 20 Jahren wesentlich schlechter sein werden, als bei den bei uns bisher eingewanderten Türken und Arabern. Das heißt, ich würde es einfach angerschen. Jetzt noch mal längere Zeit Pause. Das halten wir jetzt mal fest, dass Sie das Ausmaß der Zuwanderung nach Deutschland und die Art der Zuwanderung bedrohlich finden. Das haben wir verstanden. Ich glaube, wir wollen jetzt ja auch während dieser Sendung nicht die komplette Einwanderungsdebatte noch mal wiederholen. Das hat ja die letzten Monate die Debatte in Deutschland geprägt. Das hat die Gesellschaft und vor allem das Parteiensystem verändert. Zum Beispiel ist im Hintergrund dieser Debatte die AfD entstanden und groß geworden. Die hat am Wochenende ihren Parteitag abgehalten in Stuttgart. Das Großwerden dieser Partei der AfD, ist das jetzt eine Gefahr für die Demokratie oder im Prinzip eine ganz normale Reaktion eines gesunden Parteiensystems, dass da einfach eine Leerstelle füllt? Das kommt darauf an, was Sie unter Demokratie verstehen. Wenn Sie sagen, in Russland, in der Türkei, teilweise auch im Iran gibt es Demokratie, weil da gewählt wird, dann würde ich sagen, dann ist es keine Gefahr für die Demokratie, weil die wollen sich ja auch wählen lassen. Die wollen ja nicht sozusagen per Schießbefehl an der Grenze oder so praktisch mit Gewalt die Macht übernehmen. Wenn Sie Demokratie anders verstehen und sagen, da gibt es bestimmte Werte des gegenseitigen Respekts, bestimmte institutionelle Bedingungen, Pressefreiheit, öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel, auch ein wichtiger Aspekt, so eine Art liberale Kultur. Wenn Sie sagen, das gehört auch zur Demokratie dazu, das, was wir sozusagen in Deutschland vom Westen gelernt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, was wir überhaupt allgemein den Westen nennen, dann würde ich sagen, ist das schon eine erhebliche Gefahr. Denn da reiht sich Deutschland jetzt ein in eine politische Strömung, die in Europa sehr mächtig geworden ist, der Rechtspopulismus. Und die wollen die illiberale Demokratie, so wie das Herr Orban in Ungarn vormacht, wie das jetzt auch die neue polnische Regierung vormacht, Entmachtung des Verfassungsgerichtes zum Beispiel, Entmachtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da wird immer noch gewählt, aber das ist keine liberale Demokratie mehr. Und da will die AfD auch hin. Insofern eine Gefahr. Herr Sarrazin, die AfD hat ja an vielen Punkten aufgenommen, was Sie in Ihren Büchern angestoßen haben. Betrachten Sie das mit Wohlwoll, was die AfD da macht, oder sagen Sie, nee, damit will ich nichts zu tun haben? Also jeder hat natürlich gerne Beifall. Und natürlich schaue ich auch, oder hoffe ich auch, dass ich keinen Beifall aus der falschen Ecke bekomme. Andererseits muss ich sagen, wenn ich eine Sache dafür richtig halte, mit Zahlen begründet, für mich logisch begründet und es ja auch für wichtig halte, dann finde ich es auch nicht ungünstig, wenn mal solch eine Position zum Beispiel, zum Beispiel etwas mehr Distanz gegenüber einer falschen Art von Einwanderung, wenn solch eine Position öffentlich Raum gewinnt. Wie die AfD sich als Partei entwickelt, ob sie in der Lage ist, also radikale Elemente auch wirksam auszugrenzen, das ist eine andere Frage. Im Übrigen, Herr Augstein, mir ist auch nicht wohl, wenn ich sehe, dass in ganz Europa letztlich, also nach der Gruppe am rechten Rand der Gesellschaft oder auf der rechten Seite der Gesellschaft mittlerweile überall sich bei 30% etablieren. Wenn dies aber in ganz unterschiedlichen Systemen so geschieht, wie in Frankreich, Ungarn, Italien, Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, dann muss man sagen, vielleicht machen die Etablierten auch etwas falsch, denn sonst könnte es ja solch eine einheitliche Welle der Distanz nicht geben. Solange die Etablierten aber sagen, wir machen alles richtig, wir haben es nur vielleicht falsch erklärt, aber die sind die Bösen und vor denen waren wir jetzt, das wird nicht helfen. Steilvorlage für Sie, was machen die Etablierten falsch? Es ist keine Steilvorlage, natürlich machen die was falsch, insofern ist das das Problem bei der AfD, das ich auch von Anfang an habe, ist das, es ist die falsche Antwort auf richtige Fragen. Das ist sozusagen mein Problem. Immerhin richtige Fragen, ist immer ein Fortschritt. Ja, naja, wieso? Dass sozusagen viele Leute mit der Globalisierung ein Problem haben, weil sie sich entwurzelt fühlen, dass viele Leute fassungslos zugucken, wie die Gesellschaft immer ungerechter und ungleicher wird. Ich glaube, in Deutschland ist inzwischen ein Prozent der reichsten Leute, besitzen glaube ich 33 Prozent der Vermögen und wir haben jetzt irgendwie 15 Jahre Sozialdemokratie in der Regierung hinter uns, wo man fragt, wo wären wir denn ohne die noch gelandet? Also, dass sozusagen Leute beobachten, wie fundamental Sachen schief laufen und gleichzeitig aber alle Parteien sagen, wir müssen in die politische Mitte, wir müssen in die Mitte, in der Mitte werden die Wahlen gewonnen und dadurch sich immer stärker angleichen und offensichtlich Fragen unbeantwortet bleiben. Das sehe ich auch, das beklage ich auch. Das Problem ist so, dass die AfD die Antwort im Ressentiment sucht und sagt, der dumme Ausländer ist schuld und wenn wir den Syrer wieder nach Hause schicken und Zäune aufbauen und die Nationen kümmern sich wieder drum, dann werden die Probleme gelöst. Und das ist einfach Unfug, weil jeder Mensch weiß heute, wir brauchen nicht weniger Europa, sondern mehr. Das Problem des Euro ist nicht, das Problem ist nicht, dass es ihn überhaupt gibt, sondern das Problem ist, die Idee war richtig, aber man hat ihn falsch gemacht, weil die Länder ihre Souveränität nicht abnehmen wollen. Ja, wie der Sozialismus, die Idee ist richtig, wurde nur falsch durchgeführt. Nein, pass auf, nur dass die Antwort ist, wenn man es halt nicht richtig macht, dann landet man im Rechtspopulismus. Genau, da sind wir beim Punkt, also nehmen wir mal den Euro. Ich war mal für den Euro, das ist allerdings 25 Jahre her. Und ich war bis vor zehn Jahren für den Euro, bis ich sah, dass so, wie es angefasst wurde, eben nicht geht. Man kann eine gemeinsame Währung haben, wenn man einen gemeinsamen Staat hat, Aber wenn man keinen gemeinsamen Staat hat, schafft die gemeinsame Währung mehr Risiken, als sie Vorteile schafft. Dass zum Beispiel Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland letztlich mehr oder weniger stagnieren und weit unter ihrem Wohlstandspotenzial liegt, liegt ja auch daran, dass die ihnen durch den Euro aufgezwungene Ordnungspolitik zu ihrer politischen Kultur und ihrer gesellschaftlichen Kultur nicht passt. Man hätte entweder weitergehen müssen mit einem wirklich starken europäischen Zentralstaat, aber jetzt sind wir in einem, ich meine, man kann nicht, wenn man springt, mitten in der Luft über einem Abgrund stehen bleiben. Das geht schief, außer im Zeichentrickfilm, da kommt man nicht rudern weiter. Sonst aber nicht. Und insofern ist das für mich ein typischer Fall, wo wir eine Idee nicht zu Ende durchdacht haben und dann noch die Bremsen, die wir gehabt hatten, weil wir ahnten, dass die Idee nicht durchdacht, wir am Ende auch noch weggenommen haben, sodass aus meiner Sicht, ist jetzt meine Prognose, innerhalb der nächsten 20 Jahre, müssen wir entweder nach der Vorhand zu einem europäischen Bundesstaat, wo ich aber keinen sehe, außer vielleicht uns und Österreich, die das wirklich wollen, oder es wird irgendwann zu Ende sein mit der gemeinsamen Währung. Und das ist der typische Fall, wo Politik die Dinge einfach dann nicht zu Ende gedacht hat, sondern als sie dann merkte, dass es nicht geht, jetzt werde weniger in Wunschdenken ausgewichen ist. Sie haben es zu Ende gedacht. Man wusste es 1992 beim Maastricht-Vertrag, man wusste, dass es notwendig ist, eine gemeinsame Haftung einzuführen, gemeinsame Wirtschaftspolitiken einzuführen. Man wusste das alles. Man hat es nicht gemacht aus Furcht. Insofern ist Ihre Analyse ja vollkommen richtig. Die Politiker hatten Angst, die richtigen Schritte zu machen. Das sehe ich auch so. Das, was wir jetzt erleben, ist sozusagen, das sind die Risse, das sind die Erschütterungen, die von dieser Furcht her kommen. Aber die Antwort kann doch nicht noch mehr Furcht sein. Das ist doch das, was wir jetzt daraus lernen müssen. Die Antwort muss doch sein, wenn Angst uns in diese Klemme gebracht hat, dann uns Verzagtheit, dann müssen wir jetzt raus, dass der Verzagtheit hat, und den Schritt nach vorne machen. Oder es wird halt noch schlimmer. Die Engländer, ich meine, entschuldigen, ganz kurz. Wenn die Engländer rausgehen aus der EU, alle, das sagen alle, und ich bin jetzt gar nicht so ein Wirtschaftsliberaler, aber alle Leute, die von Geld was verstehen und von Wirtschaft sagen, sie schießen sich in den eigenen Fuß. Rein zahlenmäßig. Und trotz, ihre Zahlen. Trotzdem ist aber ein großer Teil der Engländer dafür, aus der EU auszutreten, vollkommen unsinnig. Weil es sozusagen eben nicht um Zahlen geht, sondern um andere Sachen. Ja, aber jetzt ist ja gerade der Punkt, ich bin erst mal gegen den britischen Austritt. Zum anderen, wenn die Briten doch dafür stimmen, haben wir ja irgendwo etwas falsch gemacht. Zum dritten ist aber folgender Punkt entscheidend. Wir entscheiden nicht alleine in Europa, wir Deutschen. Ist ja vielleicht auch gut so. Und deshalb müssen wir einfach sehen, ist es möglich, zusammen mit Frankreich und Polen, das sind die beiden zentralen Mächte letztlich für uns, zu einem europäischen Bundesstaat zu kommen, oder ist das nicht möglich? Meine Prognose ist, es ist gewünschbar, es wird in den nächsten 50 Jahren unmöglich sein. Wenn es aber in den nächsten 50 Jahren unmöglich ist, dann haben wir es mit der gemeinsamen Währung falsch gemacht. Das ist das Problem. So, jetzt will ich gerne an der Stelle die Debatte über den Euro beenden und wieder etwas zurückkehren zu dem, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Aufkommen der AfD, zentraler Satz des Parteiprogramms an diesem Wochenende, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie diesem Satz zustimmen. Die Frage ist nur, ist das eine Meinungsäußerung, die im Spektrum der Meinungsäußerungen möglich ist, oder ist das Ihrer Ansicht nach schon jenseits dessen, was unsere Verfassung zulässt? Um Gottes Willen, natürlich ist das verfassungsmäßig, kann das natürlich jeder sagen, wie er Lust hat. Wenn eine politische Partei das macht, hat das eine andere Qualität, als wenn Sie und ich das abends am Stammtisch praktisch so, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wenn die politische Partei damit ins Rennen geht, spaltet sie das Land. Wir haben bereits einen sehr großen Teil von muslimischen Mitbürgern. Fragen Sie mal, wie die sich fühlen, wenn Sie das hören. Die denken, was soll denn das? Ich bin hier geboren, ich komme irgendwie aus Köln. Meine Eltern sind hier vielleicht teilweise geboren, meine Großeltern eingewandert. Ich arbeite hier. Jetzt sagt man mir, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Was für ein Unsinn. Ich will übrigens auch gar nicht, dass sich unser Land religiös-konfessionell definiert. Da möchte ich bitte auch gefragt werden. Hallo Freunde, mal ganz entspannt. Ich bin nicht mal getauft. Also was denn? Ist nur der Protestantismus Deutschland oder der Katholizismus? Was soll denn das? Nein. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Leitkultur. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich brauchen wir eine Leitkultur. Und ehrlich gesagt, haben wir auch längst eine. Und die funktioniert relativ gut, finde ich. Denn viele Sachen funktionieren. Sie übrigens sagen, es ist irre, dass man so viel Geld damit verdienen kann, das Land immer schlecht zu machen, wie Sie das machen. Sie haben echt, das ist eine Nische. Sie sagen, dass alles total schlecht läuft. Ich bin in einer ganz merkwürdig, wenn ich mit Ihnen rede, in einer ganz komischen Rolle. Plötzlich muss ich sagen, so viele Dinge funktionieren hier viel, viel besser, als Sie es darstellen. Das ist eine sehr ungeahnte Folge dieser Debatte. Herr Sarrazin, die AfD übt Kritik am Islam, Sie üben Kritik am Islam. Was unterscheidet Ihre Kritik am Islam von der der AfD? Erstmal noch vielleicht zu dem Schlechtmachen. Ich bin von Haus aus der Skeptiker. Und die Länder, welche von der Skeptikern regiert werden, sind die reichen Länder. Die Länder, die von Optimisten regiert werden, sind die armen Länder. Das ist der Unterschied zwischen Griechenland und Deutschland. Nur weil wir Deutschen eine Fähigkeit haben, unheil vorherzuahnen, waren wir oft auch besser als andere in der Lage, manche Dinge zu steuern. Also insofern machen Sie mir meine, nach der Skepsis, nicht kaputt. Im Übrigen bin ich in meinen Büchern, was die Fakten angeht, immer absolut sachlich und differenziert. Kommen wir zurück, jedes Landbegriff und der von der AfD. Was ist der Unterschied? Oder gibt es da sehr viel Gemeinsamkeit? Als der Bundespräsident Wulff sagte, der Islam gehört zu Deutschland, sagte ich, was für ein Quatsch. Weil also Religionen sind nicht von dieser Welt. Religionen gehen um die Frage, gibt es eine, nach der Jungfrauengeburt oder nicht? Passen drei Engel auf eine Nagelspitze oder nicht? Wenn der liebe Gott da ist, wo sitzt er im Weltraum? Haben wir eine unsterbliche Seele und ich das Dinge? Die sind nicht von dieser Welt, die können wir auch gar nicht beurteilen. Die müssen auch im Privaten bleiben, weil sonst gibt es Mord und Totschlag. Deshalb gehört keine Religion zu Deutschland, sondern bei uns können alle dann nach ihrer Fasson selig werden. Das ist der richtige Standpunkt. Sie sind doch so milde. Nein, 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 so bin ich immer. Lassen Sie doch mal. Ich wollte Ihnen doch ein bisschen entgegenkommen, damit Sie netter zu mir sind. Aber jedenfalls, und ebenso ein Unsinn, wie die Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, ist die Aussage, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Weil er stellt aus demselben Denkschilder die Dinge auf den Kopf. Richtig ist, es gehören Muslime zu Deutschland. Und nun ist der nächste Punkt, natürlich können Muslime ihren Glauben ausüben. Wir müssen aber auch eben Umfragen ernst nehmen, wonach in Europa, da zwei Drittel aller Muslime letztlich sagen, dass das im Zweifel das Gesetz der Religion vor dem weltlichen Gesetz Vorrang haben soll und haben muss und wonach also 44 Prozent aller Muslime in Europa fundamentalistischen Ansichten zuneigen. Und dies muss ich zusammennehmen damit, dass sich ein, ich sage mal, radikaler politischer Islamismus, der nicht den ganzen Islam darstellt, aber doch ein Teil von ihm ist, unter unserer Jugend mehr und mehr ausbreitet. Und das ist äußerst gefährlich. Also die Zahl können wir jetzt hier nicht überprüfen. Herr Augstein, der Islam als politische Ideologie, der hat ja nun in der Tat Probleme mit der Gleichstellung der Frau, mit der Toleranz, mit den Rechten der Homosexuellen. Ist das so? Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Glauben Sie, dass das nicht der Fall ist? Also ich bin jetzt kein Religionswissenschaftler, wenn Sie das sind, dann klären Sie mich auf. Ich glaube, dass der Islam ist eine Religion, wie viel? 1,6 Milliarden, 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt von Marokko bis Indonesien. Es gibt den Islam nicht. Wissen Sie eigentlich, wie viele christliche... Aber gibt es kein islamisches Land, in dem die Homosexuellen gleiche Rechte haben, in dem die Frauenrechte so sind? Darf ich ganz kurz? Ich unterbreche das auch mal. Ja, ja, ja. Aber ich bin doch Ihr Gast, Sie dürfen mich doch nicht unterbrechen. Und wissen Sie eigentlich, wie viele christliche Kirchen es gibt? Ich glaube, es gibt buchstäblich zigtausende christliche Kirchen. Und es werden immer mehr, weil diese ganzen Pfingst- und Adventsgemeinden und so, jeder, der keine Lust hat, der gründet dann seine eigene Kirche. Wenn Sie jetzt sagen, das Christentum, dieser Begriff ist vollkommen unsinnig. Wir haben uns aber daran gewöhnt, mit diesem Wort zu arbeiten, das schlicht keinen Sinn macht. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben Probleme mit dem Islam, dann meinen Sie doch ganz was anderes. Sie meinen, Sie haben Probleme mit einer bestimmten Glaubensrichtung des Islam, die hauptsächlich in Saudi-Arabien, der Wahhabismus, der dort sozusagen gepflegt wird und finanziert wird mit den Öldollern, die wir dort hinschicken und so weiter. Aber dann sind Sie gleich in politischen Verwicklungen drin. Wir haben kein Problem mit dem Islam. Das sehen Sie übrigens auch an den türkischen Migranten, die, soweit ich weiß, bisher jedenfalls für irgendwelche Formen von Fundamentalismus überhaupt nicht anfällig sind. Das sind alles Muslime. 40 Prozent. Ja, die Leute, komisch, dann machen die das aber sehr still bei sich zu Hause aus, weil ehrlich gesagt auffällig werden die damit nicht. Also ich glaube, dass Ihre Prämisse nicht stimmt. Deshalb kann ich Ihre Frage auch so nicht beantworten. Wir haben kein Problem mit dem Islam, sondern mit bestimmten Glaubensrichtungen im Islam. Das ist wichtig. Ja, also wir haben, ich bin auch kein Islamwissenschaftler, aber ich, nach der Lese, Leute, ich habe jetzt gerade gelesen, die nach der Generation Allah von, nach der Ahmed Mansur, der genau zeigt, was unter unserer muslimischen Jugend im Augenblick los ist. Es gibt andere Namen, Danessa Kelig, Hamid Abdel-Samad und so weiter. Eine ganze Reihe von Namen, die letztlich auf die Gefahren hinweisen und ich sehe diese Gefahren auch. Übrigens, das ist der Unterschied. Denken Sie an die Titanic, da sagte der Kapitän, es gibt keine Gefahr eines Eisbergs. Ich sehe keinen, wir fahren mal Volldampf geradeaus. So ist das, wenn man Gefahren vernachlässigt. Wie das geendet hat, hat man ja gewusst. Ich persönlich sehe in einer wachsenden Ausbreitung eines, also nach der fundamentalen Islamismus in ganz Europa ein großes Problem. Es ist ja auch ein nach der demografische Problem, wenn wir sehen, dass mittlerweile nach der muslimischen Kinder und der Jugendliche in Frankreich 25 Prozent Anteil haben an der Altersgruppe und zu 50 Prozent radikalisiert sind. Sie reden über soziale Probleme. Das sind keine sozialen Probleme. Lass uns reden über Polizeiarbeit, über Prävention, über Bildung, über Bildung in den Schulen, über Bildung in den Betrieben. Übrigens nochmal, Deutschland gar nicht so schlecht, das duale Ausbildungssystem ist sehr, sehr gut, um solche Leute reinzunehmen. Ganz verblüffend jetzt die ganzen Handwerksverbände, die sagen, lass die syrischen Flüchtlinge schneller arbeiten, wir können die wunderbar gebrauchen, denn wir haben Leerstellenmangel und so weiter. Aber es gibt zu all diesen Problemen, nochmal, ich sage nicht, dass die Probleme, die Sie beschreiben, dass es die nicht gibt. Ich bin ja, ich sage nicht irgendwie, ich habe die rosa-rote Multikulti-Brille auf, wir fassen uns alle in den Händen, singen Kumbaya und alles ist toll. Das meine ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich sage, es gibt ganz viele Herausforderungen und Probleme und mit praktischer Politik können wir die auch alle lösen, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Was Sie machen, ist Weltuntergangsgerede, damit verdienen Sie viel Geld und was die AfD macht, ist Hetze und Rassismus und damit kriegen die viele Wählerstimmen. Und ich finde beides wirklich schlimm für unser Land. Nein, ich mache gerade kein Weltuntergangsgerede, sondern ich beschreibe da bestimmte Trends und beschreibe, was man tun muss, damit diese sich in dieser Form nicht fortsetzen. Und ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass bei all dem, was unser Ausbildungssystem tut und kann, wir feststellen müssen, dass unsere nach der türkischen und nach der arabischstämmigen Mitbürger in den vergangenen 50 Jahren einfach weitaus weniger Erfolg hatten, auch in der Bildung, auch am Arbeitsmarkt, als andere Einwanderungsgruppen. Und ich bin auch der Meinung, weil es gibt keine andere Ursache, das hat zu tun mit ihrer nach der Herkunftskultur und auch wahrscheinlich mit ihrer Herkunftsreligion. Ich bin der Meinung, dass man das für diese Gruppen lösen muss. Ich glaube allerdings auch, dass das diese Gruppen selber tun müssen. Das kann kein anderer dafür sie tun. Ich meine aber auch, dass man Einwanderung aus den derselben Kulturkreisen bei uns für die Zukunft, damit wir das bewältigen können, strikt beschränken muss. Also was ich immer toll finde, ist, wenn Christen zu Muslimen sagen, ihr braucht einen Papst. Das habe ich aber gar nicht gesagt. Ich weiß, aber das ist ja sozusagen der nächste Satz, das müssen die selber lösen. Wir gucken von außen die an, sagen, ihr entsprecht gar nicht so richtig unseren Vorstellungen, wie man so zu sein hat als moderne Religion heutzutage. Da müsst ihr euch aber echt nochmal ordentlich ranhalten und euch modernisieren. Und diese Art von Kulturdünkel, schon da kriege ich irgendwie so, da rappelt sich mir alles. Es geht mir nicht um die Religion, Herr Augstein, weil die mich mit Verlaub nicht interessiert. Sondern es geht mir darum, wie sich Menschen im realen Leben verhalten, wie die Männer ihre Frauen behandeln, wann die Frauen heiraten, weshalb sie die nach der Schule nicht zu Ende machen dürfen, weshalb sie nicht teilnehmen dürfen am Schwimmunterricht. Ich wusste, dass Sie das sagen, das stimmt gar nicht, das ist so lustig. Das sind hunderte Dinge, weshalb so wenige von Ihnen im Bildungssystem wirklich Erfolg haben. Die gehen alle zum Schwimmunterricht. Nein, gehen Sie nicht. Doch, gehen Sie doch. Das Bundesamt für Migrationsforschung, Entschuldigung, das sind die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, die haben vielleicht doch noch ein bisschen mehr Ahnung. Die meisten Schulen melden das überhaupt nicht. Die meisten Schulen melden das überhaupt nicht. Aha, aha, es wird unterdrückt sozusagen, schon wieder Lügenpresse. Ja, aber jetzt lassen Sie uns nicht abweichen, das ist so, dass es hier Regensprobleme gibt. Die gehen schwimmen, 1,9 Prozent gehen nicht schwimmen aus religiösen Gründen. Ich habe, ich habe, ich habe... 1,9 Prozent, damit werden wir fertig. Das heißt einfach Quatsch, es gibt schon gar keinen Schwimmunterricht mehr in Neukölln, so ist es mittlerweile. Nein, völlig Quatsch, wir geben in Berlin am meisten Geld pro Schüler aus von der ganzen Republik. Aber nicht fürs Schwimmen. Das ist der Punkt. Im Übrigen ist es so, und das ist das Faktum, wenn Sie sich unsere, also Türken und nach der Araber anschauen, wie Sie jetzt seit 50 Jahren bei uns leben, großteils mittlerweile deutsche Staatsbürger, so sind Sie einfach in der Arbeitsmarktbeteiligung und in der Bildungsbeteiligung ganz weit hinten und beim Sozialhilfebezug, bei der Arbeitslosigkeit, bei der Erwerbslosigkeit ganz weit vorne. Und damit kosten Sie als Gruppe weitaus mehr, als Sie uns wirtschaftlich bringen. Ich lehne es ab über Menschen so viel. Nein, 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 das ist einfach ein Faktum, das kann man ja berechnen. Das kann man ja berechnen. Das halte ich für das. Nein, das ist angewandte Soziologie, was ich hier tue. Das kann man berechnen. Und das wird sich bei denen, die da jetzt kommen, noch weiter verstärken. Das ist meine Befürchtung. Was ja auf so viel Widerstand jetzt bei Herrn Augstein und auch verbreitet in der Gesellschaft stößt, ist diese linearen Zusammenhänge, die Sie da herstellen zwischen dem Glauben einer Bevölkerungsgruppe und dem Integrationserfolg, dem Bildungserfolg einer Bevölkerungsgruppe. Also der Vorwurf steht ja im Raum, dass Sie dem individuellen Menschen überhaupt keine Entwicklungsperspektive zuwilligen. Erstmal, wenn ich etwas sage über eine bestimmte Gruppe, sage ich über nichts, über keinen einzelnen Etwas. Zum Beispiel sind Männer größer als Frauen. Das sind Männer größer als Frauen. Das geht aber nicht für den einzelnen Mann und für die einzelne Frau. Ich sehe einfach die nach der sozioökonomischen Daten für diese Gruppen. Ich sehe, dass die in der ganzen Europa einheitlich sind. In Schweden, England, Frankreich, teilweise aber auch noch schlimmer als bei uns. Und dann frage ich, was vereint diese Gruppen? Und diese Gruppen vereint ihre Herkunft aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika. Und es vereint sie ihr großenteils muslimischer Glaube. Und ich sehe, dass die Ostasiaten zum Beispiel ganz anders sind. Und die Osteuropäer auch. Das sehe ich. Und das sind Fakten, die kann man belegen und die sind vielfach belegt. Und dann frage ich, was sind die Ursachen? Und wenn Sie mir jetzt sagen, es hat andere Ursachen, werden wir darüber reden. Bloß ich sehe als Ursache letztlich die große Blackboard kulturelle Herkunft. Da, wo es ganz, ganz viele Störche gibt, gibt es auch ganz, ganz viele Babys. Das heißt aber nicht, dass die Störche die Babys bringen. Ja, nennen Sie mal andere Ursachen. Man nennt das sozusagen statistische Fehlschlüsse, was Sie da machen. Und ich glaube, und dahinter vermute ich sozusagen, weil... Lesen Sie den Arbeitsmarktforscher Kobmanns nach... Und das ist das eine, das eine ist sozusagen, Sie tun... Genau das jetzt wieder untersucht. Sie tun so, als handelten Sie mit Fakten, in Wahrheit handeln Sie mit Ideologien. Und das ist etwas, was ich ganz besonders krass finde, wenn Leute das machen. Sie tun so, Sie sagen, das ist alles wissenschaftlich, das sind Zahlen, das ist ganz nüchtern. Ich habe damit gar nichts zu tun, ich präsentiere euch das nur. In Wahrheit sind es Ideologien, die Sie verbreiten. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Leute wie von der AfD Sie begierig herangezogen haben. Ich meine, Sie sind ein bedeutender Mann, weil Sie ab 2011, Sie waren der Erste in Deutschland... 2010, ja. 2010, danke, entschuldigen Sie. 2010, Sie waren der Erste, der diesen Diskurs angefangen hat und ihn salonfähig gemacht hat. Und ganz viele haben danach gemerkt, ach guck mal, das geht ja. Man kann das ja alles sagen und es funktioniert. Und Sie haben, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst war damals oder ob es Ihnen jetzt bewusst ist, so wie ich Sie einschätze, ist das auch gar nicht der Punkt. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht, weshalb Sie es gemacht haben. Sie haben eine Tür geöffnet, durch die nachher ganz viele gegangen sind. Das waren erst nur die Tür, durch die Sie gegangen sind. Die anderen haben die noch breiter aufgemacht. Und inzwischen stürmt die ganze AfD durch und wird eine Volkspartei werden. Das ist wirklich ein... Sie haben eine schlimme Entwicklung ausgelöst, Herr Sahatzi. Also zunächst einmal, ich habe keine Ideologie, sondern ich mache es, wie jeder, der sich damit in Wirklichkeit beschafft, er versucht erst mal Daten und Fakten aufzunehmen über die Wirklichkeit. Und dann sieht er Auffälligkeiten und dann sucht er nach denkbaren Erklärungen für diese Unterschiede. Und für mich können diese Unterschiede nur liegen nach der kulturellen, in der religiösen Hintergrund und in der ethnischen Herkunft oder nach der Kombination von allen beiden. Im Übrigen, nach der meine Bücher, da erschienen in Deutschland, Sie erschienen nicht in Schweden, nicht in Norwegen, nicht in Dänemark, nicht in Holland, da wurde in Frankreich in der Übersetzung, das ist richtig, aber auch nicht mit dieser Auflage, nicht in Italien. Wir haben doch vorhin eine nach der Bewegung beschrieben, die über ganz Europa geht. Sie können jetzt sagen, mein Buch ist davon auch ein Ausdruck. Möglicherweise ist es das teilweise, dass ich mich überhaupt mit solchen Fragen befasst habe, aber wenn Sie sagen, Sarrazin hat das verursacht, machen Sie mich einerseits stolz, weil ich so mächtig bin, andererseits auch jetzt also geistig nach der Fassungslos, denn das ist einfach Unsinn. Ich würde am Ende dieser Sendung gerne nochmal den Versuch unternehmen, ob es eine Ebene gemeinsamer Gesprächsfähigkeit von Ihnen beiden sind. Also, dass Sie in der Sache nicht zueinander kommen, das hatte ich auch vor dieser Sendung nicht erwartet und nicht gehofft. Ich würde trotzdem interessieren, ob Sie beide einen Weg sehen, wie die Debatte über die Flüchtlingskrise, über den Islam in Deutschland geführt werden könnte, dass am Ende ein sinnvolles Ergebnis steht und nicht einfach zwei Teile der Gesellschaft, die sich überhaupt nicht verstehen. Fangen Sie mal an. Also, erst einmal, um das auch zu sagen, das ist auch schon deutlich geworden, ich bin absolut dagegen, nach der Religion als solche in ein Eck zu stellen. Das habe ich wohl auch deutlich gemacht. So, zum anderen bin ich der Meinung, dass man alles, was irgendwie machbar und vernünftig ist, um Menschen dazu helfen, sich zu integrieren, die bei uns leben, dass man das auch tun muss. Dass ich, was das Resultat angeht, nach der skeptischer bin als manche andere ist, eine andere Sache, das ändert aber nichts dagegen, dass ich meine, dass man da was tun muss. Herr Abstein, wie kann eine sinnvolle Debatte exemplarisch zwischen Ihnen beiden und generell in der Gesellschaft aussehen, damit es fruchtbar wird? Ich glaube, dass Leben ohne Gefühl nicht funktioniert. Sie betreiben Ideologie komplett ohne jede Empathie. Sie fühlen sich überhaupt nicht ein in die Leute, über die Sie sprechen. Sie interessieren sich nicht für die Menschen, weder für die Migranten, die damals gekommen sind, noch für deren Nachkommen heute, noch für die Flüchtlinge. Das ist Ihnen sozusagen auf der empathischen Ebene, es wird in Ihren Büchern und in Ihren Interviews nicht deutlich, sagen wir mal so. Insofern glaube ich, dass die Reduktion auf Zahlen, abgesehen davon, dass ich viele von denen nicht teile, wird so nicht funktionieren. Ich glaube, was wir brauchen, ist gute, praktische Politik. Und das Interessante ist doch, dass wenn Sie reden mit den Leuten, die das machen, die Bürgermeister, die Landräte, die vor Ort sich kümmern, da ist die gesamte Stimmung viel weniger alarmistisch, als Sie es schreiben und als die AfD es oben abschöpft und als Sie es bei Twitter und Facebook sehen. Denn die Leute, die es machen, die wollen praktische Hilfe, die wollen ernst genommen werden und dann können sich diese Probleme auch lösen lassen. Aber wenn man das schlecht redet und sagt, das sind unsere Feinde, die können wir hier nie integrieren, es wird alles noch schlimmer, dann können Sachen auch kippen und dann kann es wirklich dramatisch schief gehen. In dem Deutschland möchte ich dann allerdings nicht mehr leben. Das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. Es ist nicht ganz überraschend, dass wir hier keinen Konsens herstellen konnten. Ich darf mich bei Ihnen beiden bedanken für diese lebendige Debatte. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen zur selben Zeit die Phönix-Runde des Themas Salafisten, Schläfer, Terroristen, wie gefährdet ist Deutschland. Ich wünsche Ihnen weiter informative Unterhaltung mit unserem Programm. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus